Das ist nicht meine Schuld. Das war er. Was sagst du über das Wien? Das Wien ist die ersten drei Tage, wenn das Wien beginnt. Der Sturm. Das ist das Wien. Das ist das Wien. Das ist das Wien. Aber nicht jetzt. Es ist zu früh im Tag. Nein, er muss arbeiten. Der Fetsch geht unterhalb vom Stein, aber vor dem Baum. Da geht es durch. Das ist das Wien. Ihr könnt hingehen und sich das anschauen. Warte mal, bis wir fertig geredet haben. Dann enger Turn gegen den Uhrzeigersinn. Da hinauf. Wegtreiben. Ja. Ja. Ja.